Luft und Essen macht uns immer öfters krank. Wen wundert's, dass die Menschen verunsichert sind? Wir machen alles natürlich. Wir setzen nichts ein. Auch nicht, was beim Bio erlaubt wird. Unsere Ursprungsbauern nehmen natürlichen Kompost und treiben nicht die Pflanze künstlich an. Das gibt Gemüse, wie es sich gehört. Schau, den kannst du gar als Babynarrung verwenden. So weit muss Bio gehen. Reinstes Obst und Gemüse von Zurück zum Ursprung. Exklusiv bei Hofer.